Ja, willkommen zurück zu Let's Play Rift. In der letzten Folge haben wir abrupt aufgehört, als wir den eingesponnenen Opfern das Gegengift verabreichen sollten. Da machen wir jetzt genau weiter und geben, händigen das einfach mal aus und hoffen einfach mal, dass wir ein wenig, ja, weiter vorankommen, weiter in den Wundwaldregionen fortschreiten. So, den haben wir befreit. Das sieht nicht so aus. Doch, da ist ein Giftopfer. Ja, dann können wir doch noch mal in die Anfernhöhlen reingucken. Ich dachte eigentlich, dass da nur diese Nester sind. Aber dem scheint wohl nicht so. Da sind wohl auch ein paar Opfer, als sie glitzern nicht, man kann sie nicht anklicken. Sie sind ziemlich unscheinbar, aber wenn wir mit der Maus rüberfahren, sehen wir, dass es sich um Giftopfer handelt. Sehr unscheinbar. Okay, das ist schon der zweite. Das heißt, die Hälfte der Quest haben wir schon überstanden. So, und ich schaue einfach mal, ob ich hier welche übersehen habe, als ich das letzte Mal so stichprobenmäßig in die Höhle geguckt habe. Ähm, da ist mir nichts großartig an Giftopfern aufgefallen. Wahrscheinlich ein Bruchschluss, denn, ja, da liegt eines. Mal eben diesen Magieweber aus dem Weg geklatschen. So, zack, und... Gegen Gift wird verabreicht. Alles klar. Da sind keine mehr, Mist. Das heißt, wir müssen noch einen finden. Dann schauen wir mal, ob hier vielleicht draußen irgendwo einer liegt. Da müssen wir nicht so tief in die Höhle voller Spinnen krabbeln. Okay, hier vorne sind, äh, denke ich mal, so ziemlich keine. So, hier unten vielleicht. Ah, jetzt kommen eh beide, ne? Egal. Wir räumen sie aus dem Weg. Ja, komm, bevor wir auf unsere TGS nehmen, wir mobilisieren. Ach, an denen kommen wir mit denen mal eh nicht dran. Das macht logischerweise Sinn. Zusammenziehen lassen die sich leider auch nicht. So, aber das sollte ja relativ schnell und problemlos gehen. So, genau. Looten kann man die wohl auch nicht zusammen... Naja. Vielleicht geht's und ich hab's nur noch nicht gecheckt, wie. So, dann hauen wir den nochmal aus dem Weg. Wir hoffen einfach mal, dass hier ein eingespottenes Opfer liegt. So, zack. Den haben wir aus dem Weg, äh. Ja, ich hoffe doch sehr. Da ist eins, genau. Unser letztes Zielopfer. Wir müssen noch ein bisschen hier die Höhle säubern, bevor wir da hin gelangen. Aha, da ist grad ein Event in der Scharlachow-Schlucht. Das hat mir jetzt vorhin jetzt mal aufgefallen. Ähm, ich hab's nur nicht erwähnt. Ja, daran werden wir jetzt nicht teilnehmen. Ähm, einfach weil es zu low ist. Auch wenn's wahrscheinlich schnieke, ähm, Belohnungen gibt. Aber, wir sollten uns echt mal, um weiterzukommen. Ich trödel hier schon ziemlich lange rum. Also, ja, sollten wir uns vielleicht mal in gleichlevelige Gebiete begeben. Das wäre jetzt in dem Fall die Wundwaldregion. Gut, jetzt hier am Anfang noch nicht ganz. Äh, da sind hier noch so ein, zwei Level. Und wir haben auch bald Level Up, wie ihr hier unten seht. Ähm, ich sag schon mal provisorisch, drei Level unter uns. Ähm. Ähm, aber ich hoffe ja mal, dass je tiefer wir jetzt in die Wundwaldregion eindringen, desto höher die Gegner umwerben und sich bei unserem Level anpassen. Ich frag mich eh, warum es keine dynamischen, ja, vielleicht, Quests gibt, wo sich die Gegner komplett dem, ähm, dem Spielercharakter anpassen. Ja, kaum haben wir ein Befreit-Chance steht was wie. Auch nicht recht. Ähm, das wäre doch mal was. Sowas wie, ja, Elder Scrolls Online nicht, aber so in den alten Elder Scrolls, also ist alt, in Anführungszeichen, Elder Scrolls Zeiten, in den klassischen, wo die Gegner eskaliert sind mit dem Charakter. Klar, hat natürlich auch Nachteile. Ähm, aber wenn man das geschickt mit der Story so verknüpft, dass man erst in andere Gebiete kommt, wenn man, äh, ja, was anderes gemacht hat, ähm. Große Sonne! Ja, dann sollte das doch eigentlich funktionieren, oder? Okay, hier gibt's keine neue Quest, aber allerdings, ja, hat Gandalf oder Rath auf der Weise was für uns. Oh nein, eine Geschichts-Quest. Okay, dann fang ich mal an. Wir haben versucht, an das verfluchte Reliquia der Sturmkönigin heranzukommen, um diesen Luftriss endlich zu schließen. Aber die Bewahrer dort sind einfach zu stark. Jetzt baue ich nach Silvas Vorgaben ein Gerät, um sie auszuschalten. Aber dafür benötige ich im Wundwald, äh, Wundwald-Mithril-Erz und Quellsteinfragmente von den Diamanthaut-Gargülen. Da steht echt Gargülen. Naja, egal. Äh, und ich hoffe, ihr wäret vielleicht in der Lage, mir diese Dinge zu besorgen. Alles klar. Ja, erntet Erfolg oder bleibt fort. Genau. Ich bitte euch demütigst um Hilfe. Ja, Isof Tulwei am Wundwald-Grand möchte, dass ihr Kreaturen der Ebene der Luft auf dem heulenden Plateau im Norden tötet. Neun Stück an der Zahl. Ja, ja, darfst du auch. Präzisionsschlag. Marshal Darin muss besiegt werden. Ja, ich schließe jetzt das Ziel hier unten durch. Ähm, besiegt Wächter-Soldaten, erledigt die Wächter-Soldaten in ihrem Lager auf dem heulenden Plateau nordwestlich des Wundwald-Grates. Alles klar. Das heißt, wir begeben uns jetzt zum, äh, Plateau. Zu diesem hier, genau. Hier sind mehrere Sachen markiert. Oh, da geht's auch noch weiter. Okay, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal dahin. Denn wir haben ja noch 14 Minuten Zeit. Yay. Äh, und ich hänge fest. Sehr schön. Ich schaue mir allerdings hier nochmal ein bisschen die Gegend an. Vielleicht, ähm, haben wir ja das Glück, mal ein Artefakt zu finden. Ich hoffe es doch mal. Dam, bada, hier ist, äh, scheinbar nichts. Schade. Ja, echt schade. Ich würde echt mal gerne mal wieder ein Artefakt finden und es einlesen. Äh, oh, die müssen wir sogar... Das sind Luft-Kreaturen, die müssen wir besiegen. Die sind auch nur Level 30, naja. Wahrscheinlich müssen wir noch tiefer vordringen. Ich meine, dieses Gebiet ist ja eigentlich für noch mehr, ähm, ja, Level vorgesehen. Ein Peitschner-Wirbel, ah ja. Da peitschen wir mal zurück. Und kassieren Erfahrung. So, du kommst zu uns. Ein Weg, haja. So, damit hätten wir schon mal drei Luft-Kreaturen besiegt. Das heißt, uns fehlen nur sechs. Ja, ich weiß, die können es selber rechnen. So, guck mal, hier ist noch einer. Da muss noch gerade einer futtern. Der wird aber gleich seine letzte Mahlzeit zu sich nehmen, wenn wir mit ihm fertig sind. Ach, ich Idiot. Ich bin so ein Idiot, ne? Wir können die die ganze Zeit häuten. Und ich mach das einfach nicht. Warte mal. Ich geh mal zurück. Klar, den Wind, diesen Wirbel können wir nicht häuten. Weil Wind logischerweise keine Haut hat. Aber, ähm, ich finde, die sollten wir mitnehmen. Die geben auch gut Erfahrungspunkte. Die sind auch orange für uns. Okay, hätte ich fast vergessen, dass diese Mechanik hier so tickt. Könnt ihr mal sehen, wie schusselig ich bin. Zack, müssen wir die auch töten? Nein, müssen wir nicht. Also, die sind hier von diesen Faulwind-Sturmreitern. So, das nehmen wir mit. Und die Haut, bitteschön, auch. Da macht es ja echt Sinn, die mal zu farmen. Hier liegt auch noch ein Stamm, ein verwaister. Ein Mahagoni, aha. Ist ja fast wie bei mir zu Hause. Auch alles aus feinstem Mahagoni. Ja, ich weiß, ich träume zu viel. Nee, komm schon. Will hier hoch. So, geht doch. Lennwand als Bergsteiger ist so ziemlich Fail des Jahres. Und zwar in jedem Jahr. So, jetzt brauchen wir noch drei Stück. Ich werde mir bevorzugt diese Rooks vornehmen, weil wir die schön ledern können. Oh, wir können das hier nicht sehen. Was für ein Pech. Oh, wir haben das entdeckt. Scharf klingen müde. Yay. Na, komm schon. Braucht wieder viel zu lange hier. Wo ist er? Hier. Alles klar. Schweres Leder. Oh, da ist wieder einer. Was haben die jetzt bitte für einen Rooks vor? Oder haben wir den übersehen? So, zack. Alles klar. Das Ding noch schnell ledern. Und dann nur noch einer, ne? Ja, genau. Und dann haben wir die Dinger eigentlich auch komplett. So, da unten ist schon das nächste Opfer. Komm, lass dich töten. Äh, ich habe echt das Gefühl, das ist echt nur der eine Schlag, der so viel Damage macht. Ähm, der Rest ist eigentlich so Pille-Palle. Allerdings, ich schau mal ganz kurz. Wüsste ich nicht. Ja, was? Ich müsste mich da echt mal einnäsen. Ähm, vielleicht gibt es da bessere Kombinationen mittlerweile. Weil ihr wisst ja, mit jedem Patch wird natürlich auch was am Balancing gemacht. So, der kriegt einen Druff. Ja, wir müssen hier durch. Deswegen müssen wir uns mal hier ein wenig durchschlagen. Bringt ja nichts. So, zack. Den nochmal aus dem Weg machen. Ja, da brauchst du auch nicht. Ah, steig doch mal. Hier, werde ich. Du am Reiter, du. Mit einem Faulwind. Vielleicht weniger Boden essen oder so. Keine Ahnung. Zack. Schlagen wir uns mal hier durch. Ja, die Fee steht ziemlich. Äh, achso, das ist wahrscheinlich der, ähm... Sagt schnell. Der Luftriss. Der, vorhin die Rede war. Deswegen werden wir wahrscheinlich jetzt die ganzen, ähm... Fragmente und so... Ja, klauen. Ach, guck mal hier. Hier sind die Diamanthautviecher. Genauso fühlen die sich auch an. Wie eine undurchdringliche Haut. Ach, das sind die Gargoyles hier. Gargülen. Das hat gesagt, hier. In diesem Spiel. Zumindest standen wir schon so in der Quest. So, das heißt, wir müssen uns hier noch ein wenig durchschnetzeln. Und haben gleich zwei Sachen bekommen. Einmal ein Quellsteilfragment und ein Herz. So, der dürfte jetzt auch nicht, genau. Der droppt allerdings mal so ziemlich gar nix. Deswegen gehen wir weiter zum nächsten Schein. Zack, der droppt auch nix. Ärgerlich, ärgerlich. Aber ich meine, man kann auch die Sachen so einsammeln. Also, ähm... Ich meine, das Erd ist nicht so wichtig, auch irgendwo rum. Wir müssen mal schauen. Weil der hat nämlich auch schon ja nix dabei. Mensch, Mensch, Mensch. Da hinten ist noch einer. Den haben wir übersehen. Gut, dass wir nochmal zurückgeschaut haben. So, zack. 736 Schaden. Ja, ich denke, das ist echt einfach nicht verschlagen. Achso, da haben wir wieder zwei Sachen. Sehr schön. Bringt allerdings nicht viel, wenn wir uns mal die Gesamtzahlen angucken. Das heißt, uns fehlen noch vier Mithrilerze und, ja, sieben Quellsteilfragmente. Das ist einiges. Das ist echt einiges. Ich bin ja guter Hoffnung, dass wir gleich noch so eine, ähm... Ja, so eine Erzader oder so da bloßen. Oh, wir können sogar, ähm... Durch unseren Rücken das Fell abziehen. Das ist, äh... Das ist ja mal ein Talent. So. Drehschlag. Nein. Da fehlen uns noch wieder wichtige Damage bezahlen. Vielleicht sollte ich mir mal so einen Damage-Counter hier installieren, damit ich mal sehe, äh, wie viel Schaden gewisse Skills verursachen und nachdem nach, ähm... neu ausrichten. So, zack. Die zwei nehmen wir natürlich auch mit, wie sie auf ihren Listern hocken. Allein das ist schon verprügelwürdig. Mensch, mit dem Leder machen wir echt gute Erfahrungen jetzt hier. Ich hab mal hier jetzt die, ja... Lagerwachen, Dorfbücher oder was auch immer zerrissen. So, zack. Mensch, so richtig viel weiter sind wir nicht. Mal schauen, was sich hier noch verbirgt. Hier ist noch einer. Lassen wir unsere Fäden ruhen. So, zack. Den hätten wir auch. Ähm, ja. Wie gesagt, uns fehlen jetzt von jedem noch drei Stück. Und ich glaube... Ne. Ich lass mich hier... Ach, Mist, jetzt muss ich mich runterfallen lassen, ne? Oder ich nehm einfach diesen... Hä? Ach, die Fee. Die Fee hat einfach nicht drauf. Die ist so dumm, ehrlich. Mist. Zack. Hier wollte ich eigentlich hin. Okay, hier auch nicht unbedingt. Wow. Immerhin kann unsere Fee aus dem Kampf fliehen. Das ist ja schon mal was. Hier müssen wir auch gar nicht hin, ehrlich gesagt. Verdammt. Egal, dann schlagen wir uns mal ein bisschen hier durch. Ähm. Boah, Mist. Mann, die Fee zieht aber auch alles an, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ey. Vielleicht kann ich ja mal ein bisschen nehmen, mein Kampf. Denk jetzt so. Zack, der ist weg. Sirenen. Aha. Okay. Heute können wir sie nicht. Das ist schade. Ähm, wir müssen da wieder oben her. Mist. Ich dachte, die Runden sind auch wenigstens welche. Aber dem scheint wohl nicht zu. Okay, sie geben immer in Erfahrungspunkte. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir in der nächsten Folge, wenn wir die Quest nicht in dieser Abgebung, äh, unseren Level abhaben. Das könnte hinkommen. Zack. Ähm, der wird eh adden. Also nehmen wir den auch mit. Und dann geben wir oben nochmal eine Runde. Und dann sollte das zeitlich auch passen, dass wir diese Quests noch innerhalb dieses Parts hier abschließen. Also nicht abgeben zumindest, aber alle, ähm, ja, Materialien sammeln, die wir denn benötigen. So, wir gehen wieder hier nach oben. Da sind auch schon wieder welche respawnt. Zack. Wahrscheinlich gibt es auch noch da hinten ein Plateau, wo man, ähm, wo diese hier auch nochmal sind. Und, allerdings, wenn wir schon mal hier sind und die sind respawnt, warum sollen wir dann den weiten Weg machen, ne? Also es sind ja noch nicht alle respawnt, okay. Aber so der Großteil. Oder zwei Zuge, wenn man das Ding Großteil nennt kann. Oh, 999er Quitsch. Ah, sehr schön, der hatte beides dabei. Zack, 131 schon im Schlachten. Sehr schön. Ach, Mist, die sind keine respawnt. Verdammt. Ach, doch, da sind welche. Einer. Zwei. Und, ne, hier noch, warte mal. Doch, da. Mensch, hab ich schon fast übersehen hier. Aber sein Versteck sollte ihm auch nichts nützen, denn wir haben ihn ja gefunden. Und was wir finden, das töten wir. Gnade, los. Zack. Den hätten wir, ach guck mal, jetzt brauchen wir nur noch zwei Nitrilerze. Und hier schon wieder eine respawnt, sehr schön. Ja, hoffentlich droppen die beiden, dann hätten wir die Quest schon mitgebracht. Wir müssen uns keine Sorgen mehr um die anderen Plateaus machen. So, zack, den nehmen wir mit. Ja, das Einzige, wie wir es wissen, an den neuen Seelen vielleicht interessiert, nur, äh, wäre echt, ähm, ja, der, die Magierseele, dass man jetzt als Zehner spielen kann. Das ist ziemlich interessant. Das heißt, der muss unter Rüstung waffen und sowas, oder zumindest Absorbs. So kann ich das zumindest von Bargain, wenn man den Schnitter spielt, äh, falls man einen erkennt, auf Seite von Jibernia. Ähm, das ist auch ein Stoffträger, der eine Sätze schwingt, ähm, wenn man ihn als Schnitter, ähm, ja, spezialisiert. Und, ähm, das ist ein ziemlich interessanter Charakter, man ist Melee, äh, ja, nee, eigentlich ist man Hybrid, man hat ja auch hier Seuchen und so, die man auf die Gegner zaubern kann. Ähm, ja, und Live-Leach hat man einen neuen Scherz und dann eine Sense. Sense ist, äh, sensationell. Ähm, ich mag Sensen in jeglichen Spielen, wenn es Charaktere mit Sensen gibt. Und, das Dumme ist, ich hätte ein Magier spielen wollen, ähm, dann hätten wir jetzt eine Sense. Also, allerdings, äh, weiß ich nicht, ich habe mir immer noch vorgeschlagen, dass wir mal, ähm, zusätzlich zu den Skeptikern vielleicht noch einen Wächter, einen Wächter-Let's-Play machen. Ähm, vielleicht zu Samstag, äh, Wächter, Sonntag, gar keine Ahnung, dass man beide Seiten mal sieht, beide Seiten gerichtet. Ähm, wobei letztendlich ist es nur Questen, Monster töten, das ist eigentlich so ziemlich identisch. Ähm, von der Story her ein bisschen unterschiedlich, aber mein Gott. Ähm, ich glaube, die meisten rushen jetzt eh nur noch durch. Und da ist ein anderer Spieler, wer hätte es gedacht? Hey! Ja, man darf das ja mal ein bisschen bejubeln. In den Hauptstädten, klar, sind, äh, jede Menge Spieler, keine Frage. Aber, äh, jetzt hier eine Questgebiete der Unfallregion. Guck, man muss jetzt auch sagen, die meisten sind wahrscheinlich in, ähm, in der Schwungregion unterwegs, äh, weil die dementsprechend das Level haben. Ähm, aber jetzt hier so in dem Questgebiet, äh, ist doch eher tote Hose, ne? Also, darf man ja mal so sagen. Ihr könnt ja natürlich eure Erfahrungen, äh, in die Kommentare schreiben, wie ihr das so gerade erlebt. Gibt es viele Neueinsteiger, ähm, gibt es, äh, ja, in den, in den Levelgebieten, in den ganz normalen, gibt es ausreichend, ja, Spieler, um nochmal Gruppen zu bilden oder so, ne? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich denke, ähm, das wird die anderen Zuschauer vielleicht auch interessieren. So, den nehmen wir noch mit. Und ich hoffe mal, ja, die Zeit wird langsam knapp. Ach, verdammt. Wir brauchen nur noch... Bin ich denn hier? Sind wir denn schon fertig? Habe ich was übersehen? Okay. Wir sollen jetzt hier Soldaten besiegen. Ähm, ja, dazu gehen wir mal hier runter und, äh, stellen uns mal an ein sicheres Plätzchen, denn die Zeit ist rum. Zumindest laut meiner Uhr. Klar, man könnte auch überziehen, aber ich brauche hier auch noch Stoff für die nächsten Folgen. Ähm, gut, gut. Ich würde sagen, wir loggen uns hier... Boah, hier ist nichts zum Ausloggen. Hier ist man auch ziemlich... Ach, verdammt. Hier ist man auch ziemlich verlogen, wenn man mal eben ein paar Osloge ausloggen will. Da ist nichts. So, komm her. Mal gucken mal, finden wir hier ein Plätzchen irgendwo da oben. Müssen wir mal schauen. Wenn nicht, kann ich mich auch spontan hier ausloggen und mich dann auf Screen an... Ach, hier, guck mal, das sieht doch sicher aus hier oben. So, einigermaßen. Ja. Ich würde sagen, wir loggen uns mal hier aus im... In der Front dieses Luftrisses hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid doch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es heißt, let's play Rift. Also, bis dann. Bis dann.